Willkommen zurück zu Sword Art Online Du hast eine Nachricht erhalten, Meister Komm, lese ich das eigentlich vor, Junge Kurea, äh, Kurea, ich weiß es mal korrekt Wahrscheinlich heißt das Kureha oder so Heißt das Kureha? Ich weiß es nicht Wir sehen uns Tolle Leistung im Turnier Zum Dank, dass du mich begleitet hast Würde ich dich gerne auf der SBC Äh, Glocken herumführen Glocken ist ja die Stadt SBC, ist das entweder Eine Veranstaltung oder ist das so Ein anderes Schiff? Das klingt so ein bisschen unerfindlich Nach dem letzten Update gibt es So einige Stellen, die ich mir gerne Anschauen würde Und bring auch ruhig dein, äh, A-A-A-A-A-System Mit A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Nachrichten. Nachdem du ein NPC oder ein Freundschaftsliste hinzugefügt hast, erhältst du hin und wieder Nachrichten von ihm. Vielleicht will er dich besser kennenlernen, vielleicht aber auch auf Quests oder Erkundungsreisen durch GGO mitnehmen. Auch deine AFA schreibt dir ab und zu. Also schau regelmäßig in deinen Posteingang. Fest starten. Korehas Lektionen. Ich muss mich jetzt mal anstellen, diesen Namen auszusprechen. Wow, ist das... Ach ja, man, dieses schöne Fenster benutzen. Ox benutzen. Ja, gut. Gegenstände verkaufen. Wir haben 20.000 Credits. Oh, so viel Geld, Alter. Rich as fuck. Ich bleib hier erst mal sitzen. Guck mal, wir spiegeln uns irgendwie in der Wand. What the fuck? Was ist das für eine Reflexion? Was ist das? What the fuck? Untersuchen. Oh, das ist die Galerie. Cool. Äh, was passiert jetzt? Sehe ich mir jetzt Zwischensequenzen nochmal neu an, oder was? Was habe ich getan? Hä? Ich möchte noch ein paar Fragen hören, aber... ...habe ich? Obwohl, das kenne ich doch schon. Okay, ich kann mir Zwischensequenzen nochmal neu angucken. Filme, Bilder, ah. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Also, ich muss aber mal angucken, damit es mir... Okay. Das ist wahrscheinlich das Intro, werde ich vermuten, oder? Ja, das ist das Intro. Okay, gut. Ist ganz cool. Weil das sieht man momentan bei Hollow Realization so ein bisschen, dass ich irgendwie Screechots oder so nachgucken kann. Militärhut M. Oh, okay. Aber ist die Tür zu? Was haben wir hier noch? Einfach nur ein Regal. Also, mein Zimmer ist sehr monoton. Müssen wir mal sagen. Aber gut, gehen wir mal raus. Verlassen. Wo möchtest du gehen? Ja, wohin, wohin? Ach ja. Ja, wie gesagt, das hilft man halt also ein bisschen bei Hollow Realization, dass man einfach so die Bilder nachgucken kann. Dass man einfach auch, wenn man mal was verpasst haben sollte vielleicht, einfach mal gucken kann. Für Thumb Mails und so. Kleiner YouTuber Bonus, ihr wisst schon, ne? So, wir befinden uns jetzt also in Glocken. Oder in der SBC Glocken. Das ist eine Art Akademie. Da ist sie. Aber wir wollen erstmal ein bisschen umgucken. Wir gucken uns erstmal um. Ich kann schon mal laufen. Was ist das hier zum Beispiel? Will ich das untersuchen? Er versagt mich an die Kisten von Horizon Zero Dawn. Reden. Haha. Wer interessiert sich für Zombies oder Monster? Ich will andere Spieler abballern. Tatsuya? Du bist ein Hurensohn. Zombies abschlachten ist das Größte. Nein, Spaß. Er ist natürlich kein Hurensohn, obwohl er ist einfach nur eine virtuelle KI. Er ist nichts Besonderes. Also, kannst du ihn halt zu. Ist ja nicht mal ein Hurensohn, weil er keine Mutter hat. Wie man es genau nimmt. Ich finde das Design eigentlich ganz nett von der Stadt. Sieht halt sehr nach... Ist das Asuna da vorne? Asuna? Bist du es? Ne. Oder? Pearl. Okay, das ist nicht so nice. Ich kann leider nicht springen. Bisschen schade. Ich bin immer gern gesprungen. Okay, haben wir da unten irgendwie was? Ich will da unten gucken. Ne, wahrscheinlich nicht. Aber das Design der Stadt gefällt mir an sich. Es wird aber trotzdem ein bisschen karg und leer. Klar ist das hier mit diesen ganzen verwurstelten Gängen und so weiter. Sieht cool aus. Aber es wird trotzdem einfach nur karg. Vor allem, weil da drauf nichts einfach nichts ist. Muss man einfach mal sagen. Lauf. 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 Mein Entschau. Dieses Abbremsen. Das klingt so dämlich. Aber ich habe ihre Haare gut hingekriegt. Das finde ich schön. Das finde ich sehr schön. Wie ist die Straße gesperrt? Ich will hier durch. Verdammte Scheiße. Wo bin ich hier? Ich laufe gar nicht dahin, wo ich irgendwo anders bin. Wo ich gar nicht hin sollte, glaube ich. Aber egal. Ich will ja entdecken. So, kombinieren. Ach, jetzt kommen wir auf diese Nebenstraßen. Ja, wir können da sogar noch drauf. Aber warum stehen da keine NPCs? Na gut, allgemein stehen hier sehr wenige NPCs rum. Was bist du für einer? Hallo? Die teilen dann alle aus Gier. Zumindest habe ich das so erfahren. Naja, sind wir ehrlich. Es gibt viele Menschen, die nach Gier handeln. Ja, es gibt ja auch Menschen, die nicht gierig sind. Oder sagen wir mal teilweise gierig sind. Die trotzdem Leuten auch was gönnen. Ist ja immer so. Man sollte immer Leuten was gönnen. Aber es gibt wieder auch Leute, die sind einfach zu krass gierig. Die wollen nie ein was. Und hier können wir anscheinend noch nicht rein. Wer bist du? Hallo? Ich weiß, das ist nur ein Spiel, aber man kann es auch zu zweitreiben. Man muss ein Gleichgewicht mit der echten Welt und dem echten Leben finden. Hä? Mit dem echten, mit der echten Welt und dem echten Leben? Er ist nicht eher mit der echten Welt und der virtuellen Welt. Dann sieht es da eigentlich aus wie ein Elf. Wir sind hier nicht in I.O. Opfer. Bam. Hart getest. Okay. Kann ich da hoch? Ist wieder hoch. Schade, kann ich nicht. Ist aber auch noch sowas versteckt. Mann. Äh. Was ist passiert? Was ist passiert? Es spawnen Leute. Ey. Es sind Leute gespawnt. Das macht jeder. Guckt euch jetzt das Gitter an. Ach, sie... Sie move einfach. Warte. Ey. Och Mann. Okay. So spawnen Leute hin. Äh. GOG. Alles klar. Oder verschwinden auch wieder. Ja, und dann gehen wir mal zu unserer eigentlichen Aufgabe, würde ich sagen, oder? Ein bisschen Korea. Ja, Korea. Korea. Ich glaube, ich klinge mehr japanisch. Ich glaube, das ist die richtige Ausdrucksweise als Korea. Aber Korea klingt ja lustig. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe Spaß. Alter. Diese Treppe macht Augenkrebs. Ich gucke sie einfach nicht an. Es treibt auch die Betrattung. Dieses Abbremsen. Jetzt mal. Komm, mach einen Beat. Komm. Komm, äh, mein... Mein Personal Sex Doll hier. Wo standest du da gerade aber noch nicht? Das ist ein bisschen was wie Argo. Ich habe es einfach gewusst. Brauchst du was? Ich möchte Informationen tauschen. Ich will es kaufen. Ich habe mich gerade über meine 20.000 Geld gefreut. Kommt mal aktiv, wie ihr Informationen haben will. Nur weil ich nicht Kirito bin, oder was? Ernsthaft? Nur weil ich nicht Kirito bin, äh, kriege ich nix. Ich habe keine Funktion. Wo weißt du das, Mann? Ich war den Falschen. Okay, also nur weil wir nicht Kirito sind. Toll. Ich habe bis jetzt nur Nachteile erlebt. Dass wir nicht Kirito sind. Und Kaufen. Was sind das hier Preise? Was sind die Farben? Ach, Episch. Okay. Rot ist ungewöhnlich. Okay, Episch. Selten. Aber wahrscheinlich... Oder? Ich würde eher sagen, dass... Es wird uns wohl ein großes Waffenarsenal erwarten. Ich hoffe es zumindestens mal. Was ist hier? Ach so. Wo kann ich mich hier teleportieren? Hallo? Ich darf mich hier teleportieren. Worüber willst du reden? Normales Gespräch. Meister, wir sollten die Stärke machen. Das ist die Grundlage für alles. Worüber willst du reden? Werte. Ich will den von... Nein, ich will es nicht nochmal lesen. Nein, lass mich. Nein, ich will nicht... So. Ich bin Fiorobo. Status. Oh, wir haben Skillpunkte. Ich weiß noch nicht, was ich überhaupt gehen will. Wegen Waffen und so. Skills. Handfeuerwaffen, Konzentration. Wir haben zeitweise Geschosskreise Präzision, damit du dein Ziel leichter triffst. Das klingt... Ach, dafür kann ich... Warte, ich kann Punkte hier rein investieren oder auch hier. Gadgets. Aber nix. Ausrüstung. Ab dem Tischertreffer neu. Könnte ich hier irgendwie was rüsten? Wieso kann ich die nicht ausrüsten? Wieso kann ich die nicht ausrüsten? Wollte ich das Level nicht dafür oder was? Waffenrang 1. Ah, da brauche ich Geschicklichkeit für. Seht ihr? Für die brauche ich Geschicklichkeit. Okay, dann machen wir das mal. Eine neue Waffe. Wir machen Geschicklichkeit. Zwei Stück. Oh, okay. Die kosten so viel. Ja gut, machen wir mal. Ja, bitte. Danke. So, und jetzt Ausrüstung. Welche Waffe ist eigentlich... Das sind sich dieselbe, ne? So, zack. Habe ich schon mal eine. Beschreibung. Nein. Beschreibung. Wieso kann ich die nicht auswählen? Hä? Sortieren. Wie kann ich dich... Ich würde dich ausziehen. Äh, ausziehen. Ich würde dich anziehen. Oder ist das, weil sie den anderen hat? Kann das sein? Okay, wir haben schon sehr viel Munition. Feier. Okay, das ist alles da. Aber natürlich hoffentlich noch Interesse... Oh, abgeschlossen. Drei Stück haben schon im Gange eins. Das ist cool. Ein Jagdfest gibt es auch, okay. Och, nein. Das ist auch noch so. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das bringt. Das ist aber schön gemacht hier wenigstens. Oh, das muss ich mal sagen. Freundesliste. Da haben wir sogar einen Brief. Grüß dich. Okay. Also. Von ein... Titel. Grüß dich. Ich bin so froh, für dich zu arbeiten. Ich weiß, du bist neu in GGO. Aber mit mir an deiner Seite musst du dich um nichts sorgen. Versprochen. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, damit du stolz auf mich sein kannst. Ich bin dein, dir treu ergebener Android. Oh. So viel Liebe. Oh. Darf ich die Antworten darauf? Nein, ich habe nicht. Sowas wie Korea von mir. Du bist jetzt ein Freund. Korea. Du bist jetzt ein Freund. Wenn du das hier liest, sind wir schon offiziell Freunde. Ist das nicht aufregend? Aufregend. Ich bin dein erster Freund in GGO für Robo. Hurra. Wenn du bei irgendetwas Hilfe brauchst, zöger nicht zu fragen. Dafür bin ich da. Okay. Ich hoffe, ich habe das leidenschaftlich gut vorgelegt. Nötzerkarte. Was? Oh, okay. Also mein, das ist mein Profil. Eine Beute. Oh, habe ich also ein bisschen das Wort schon vorher gehabt. Tauschdatum? Dritter, Dritter. Also, wenn wir heute. Hallöchen. Sehr erfreut. Ich gebe mein Bestes. Spielzeit. Eine Stunde. 29. Okay. Rang Grünschnabel. Heldenrang Grünschnabel. Danke. Mockenspiel. Angriff. Waffen. Okay. Skills. Kann ich da irgendwas ändern? Profil anzeigen. Oh. Wieso kann ich mein Steam Profil... Das konnte ich nicht sehen. Wieso konnte ich mir mein Steam Profil anzeigen? lassen. Sehr komisch. Warum? Da kann ich auch nichts ändern. Waffenbeherrschung. Oh, da gibt es eine Menge. Okay. Da haben wir das gleiche Figur. Aber warum kann ich das... Arbeiten. Ah. Abzeichen. Design ändern. Oh. Oh. Das ist süß. Das ist süß. Oh. Jetzt bin ich... Nehme ich ein Spooky Geist oder nehme ich... Äh... Sinon. Ich bin ja ein Sinon-Fan. Code Name Newbie. Handfeuer, MP-Träger, Schrotflintenträger, Scharfschützträger. Ich würde er gehen in den Scharfschützengewerben. Doppelwaffenträger. Oh. Shit. What the fuck? Oh. Sehr freut. Ich gebe mein Bestes. Ich liebe mein Eis. Genau. Ich liebe meine Fäße. Ich liebe... Warte mal. Oh. Ich liebe sie dann. Spielerposen. Glücklich. Können wir uns die angucken vielleicht? Stolz. Nicken. Klatschen. Jetzt hältst du den Brust winken. Okay. Ich nehme... Rot werden. Rose. Äh... Entsetzt. Sie ist entsetzt. Kartenliste. Okay. Was haben wir? Option. Okay. Wie kann ich Sachen einsetzen? Ich probiere es aus, aber es passiert nix. Ich will keine Gesten einsetzen, so. Aber na gut. Dann halt nicht. Okay. Gut. Äh. Genug herumgespielt. Wir gehen jetzt Missionen weitermachen. Ui. Ui. Dead ass auf mir ein. Oh. Aber das ist ein schöner Turm. Heißt das aber, ich kann auch Kirito daten vielleicht in diesem Game? Ich. Ich. Mr. Blauherr. Oh. Soi. Äh. 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 Jetzt bleibt mal ganz ruhig, ja? Ich musste mir erst mal die Stadt angucken. Meine Werte sortieren. Und das machen. Und dich warten lassen. Und äh. 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 Hatte ich den Speedtext des Textes nicht auf 3 auf dem Maximum gestellt? Möchtest du etwas bei den Hintergrund von GGO erfahren? Oh ja, gerne. Schade, es gibt kein Auto oder so. Oh ja, gerne. Da muss man ja was mit dem Speedtext machen. Oh, Questmarkierungen. Für den Questfortschritt relevante Orte in der Spielwelt sind separat markiert. Damit du weißt, wohin du gehen und mit wem du reden musst. Das finde ich gut, weil in Hollow Realization hatte ich jetzt gerade in der Aufnahme, wo ich war. Also die Folge, um was es geht, seht ihr erst nach dieser Folge, weil die kommen jetzt immer abwechslend bei mir zur selben Sendezeit. Das ist nämlich, dass ich wusste, wo ich hin muss und es war einfach kein Questmarker da. Das war das Dämliche. Aber gut, dass wir darüber geredet haben. Wo war ich? Ach ja, du kannst auch flirten. Du kannst auch flirten mit der Weite, genau. Oh, Map, Zeit mit deinen Geheimorte, deinen intimsten Stellen, oh ja. Okay, du kannst auch flirten. Jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Oh Mann. Du kannst auch filtern, welche Questmarkierungen angezeigt werden, indem du unter Quest im Hauptmenü einstellst, dass Quests mit hoher Priorität angezeigt werden. Um die Markierungen zu sehen, öffne im Hauptmenü die Karte und ziehe dich im SBC-Glocken und den Orten auf der Zielortliste um. Okay. Ja, erzählst du auch noch was? Achso, ich musste auf eine Warte heute. Äh, Chorelektion. Sieh dir in SBC-Locken um. Äh, okay. Haben wir eigentlich schon gemacht, obwohl ich jetzt nochmal... Heute ist es mir, weil es ist gut, aber... Schau mal die Straße, bitte. Glocken ist ein Ort, also... Glocken ist ein Ort, also... Äh, Glocken ist ein Ort, also... Äh, Glocken ist ein Schläferlaufen. Ach, wir haben noch die Karte. Äh, ich bin ein Typ-X-Glocken. Ich habe noch nicht mehr Geld für Master. Ich habe mich als Type-X gesehen. Ich bin wirklich der Typik. Ich bin wirklich. Ich kann es auch wirklich gut? Ich bin der Typik-X. Ich bin der Typik-X-Ai-Teil. Ich bin der Typik-X-Teil. Ich bin der Typik-X-Teil. Ich bin der Typik-X-Teil. Ich bin der Typik-Teil. Ich bin der Typik-X. So� stuck im Sägen. Wie hat es gemacht hast? Aber hören wir 30 некоторые von M democraticamiikaner über receivesverteilen? En das Stich werden sind. Jetzt sind wir doch hier Ai-Ton. Ja, ich bin ein Typik-X. Wie lange ist die Typik-X-Teil? Ich bin ein 얘기 tekst. Wie ist es? Ja, was sollst du 30 Millionen Köln dafür verlangen? 30 Millionen Köln? 30 Millionen Köln? 30 Millionen Köln? 30 Millionen Köln? 300.000? Ja, ne? 10 umgerechnet ca. 3000 Euro. Ja, ein bisschen weniger, glaube ich. Das ist egal. Ich bin der Master. Das ist so, Master. Das ist natürlich der Grund, Master. Ich glaube, ich habe die Titten ein bisschen zu groß gemacht von ihr. Die sind doch ein bisschen unproportional. Ups. Also, wenn ich jetzt hier spiele, könnte man Cha im Mühleifel Rich as Fuck werden? Das stimmt. Das war ja so, dass man hier richtiges Geld verdienen kann. Nein, ich will Dead Ass. Oh. Oh ja, Dead Ass. Hier muss es echt ein Ticken zu groß. Boing. Aber große Titten sind auch. Ganz nice. Oh, okay. Ach ja, ich wollte ja noch, äh... Optionen. Das ist okay alles. Äh... Kameraeinstellung. Bild. Feldanzeige. Kann ich hier vielleicht die Geschwindigkeit anstellen? Ausrichtung Minikarte. Machen wir mal an. Fern. Normal. Machen wir so, dass ich mich vielleicht von der Karte sehen könnte. Sonst haben wir alles. Sonst haben wir alles. Okay. Äh, Textgeschwindigkeit. Ja, die ist immer noch nicht hoch. Was steht war? Nö, hab ich eigentlich auch gehabt. Was steht? Nee, brauchen wir nicht. Online-Core brauchen wir auch nicht. So. Jetzt soll es ja auch schon da gehen. Es wird auch ein bisschen unscharf, muss man sagen. Aber gut. Wir hören mal, was sie jetzt zu sagen hat. Ah, es ist direkt da. Nice. Oh, es ist viel lieber... Ja, es ist einfach so. Ach, da ist nur so. Ne, alles ist dein Lieben. Da hab ich mich viel lieber ... Machen wir ein bisschen was für eine Jesaja Waitens rein, und wir gehen einfach rein, wenn man sich dann- - - - Das war's für heute. Mr. Numa 2 Sein Mund ist da ein bisschen am Vibrieren Sein Mund ist da ein bisschen am Vibrieren Das sieht so eine Scheibe aus Was hat er? Was hat er? Was hast du mit dem Spiel? Was hat er? Was hat er mit dem anderen? Anfänger, dass du mich nicht mehr anstatt. Es war ein bisschen zufrieden. Ich habe dir, dass du mit dem Zitzen von Zitzen gegründet hast. Zitzen von Zitzen? Hey, hey! Das ist noch ein Zitzen? Ich habe mir noch einen Zitzen gegründet. Es kann nicht alle durch und durch Schlechtes in die Waffen bringen. Welcome to America. Die Spieler sind nur mit einem guten Verlust. Das ist ein guter Mann. Aber das ist kein Verlust. Und das ist ein Verlust. Du hast mich zu sagen. the best. Hey, du hast ihn zu sprechen. Es ist ein bisschen lustiges Lass. Dann, bitte. Ich bin nicht gut. Es ist gut, Leigh-chan. Du hast einen Namen von Buzzardo und Joe gesehen. Ich bin keine Räntgen. Ich bin nicht mehr so. Okay. So, darf er jetzt hier auch was shoppen? Kaufen. Erste Hilfe-Kette. Oh, das ist natürlich schon was Nettes eigentlich. Anti-Effekt-Kette. Wow, diese Preise. Eine Granate-Klasse. What the fuck? Das sind ja wesentlich höhere Preise als damals bei... Man könnte ja zum Beispiel dir verkaufen, theoretisch, als beim Anime. Sind die unterschiedliche Sachen eigentlich? Oh, die Tatsache sind unterschiedliche Waffen. Gewöhnlich. Ist das ein Upgrade oder was? Ein Energie-Paket für optische Handfeuer. Oh, ich hätte echt sowas zu sein. Ah, hier gibt's... Also gibt's gewöhnlich, ungewöhnlich... Selten und dann episch vermutlich, würde ich jetzt mal sagen. Was haben wir denn hier schönes eigentlich? Was gibt's hier? Matrosentracht-Bikini-F. Für 1,5 Millionen. Das sind also umgerechnet 150.000 Yen. Warum umgerechnet so um die 1500 Euro? Wäre das jetzt irgendwie live? What the fuck? Was haben wir noch? Ah, dasselbe. Wie es scheint. Wir haben hier ein dreiteiliger Anzug M. Oh. Für männlich und weiblich. Okay. Kannst du erstmal so aussehen? Wie kann er unterhalb seiner Credits dann? Ich mag das Design der Welt eigentlich. Doch sehr. Ja. Es ist schon sehr久. Aber es ist kein Zeitpunkt, aber... Was will der von mir? Haben wir uns beim Tornier getroffen? Das klang für mich so... Wer bist du nochmal? Hab ich dich schon? Kenn ich dich? Aber... Ja, weil du keine Schlammschlöße tust... Ja, wenn du nicht an allen Noten fährst... Ja, wenn du nicht an uns schlammschlöße bist und an allen Notgefähr es... Wenn du nicht an uns schlammschlöße bist... ... und viele Frauen entgebringst... ... und so... Ja, aber... Eine ... Schmalung, aber... ... also... So... ... solltest du dir eine Sache ausgucken? Wie... Das kann ich nicht. Warum fühlt sich das gerade wie so ein, äh, Selbstgespräch an? Sag mal, fühlst du einen Dialog oder einen Monolog? Dir ist so ekelig, freundlich, nett, obwohl wir auch seine Scheiße kennen Das ist sehr eklig. Was ist denn hier oben? Das interessiert mich jetzt aber. Hey, wir können hier hin. Hallo, ich bin auf dem Gebäude. In Kanada, das Gebäude ist komplett leer. Toll. Super Architektur. Wird zwar ein gutes Level-Design, ne? Gebäude cool, aber nichts drin ist nicht cool. Dann kommen wir hier hin. Vor allem hier ist einfach nichts. Wahrscheinlich kann man nicht springen, weil sie keinen Bock hatten, eine unsichtbare Windeball zu platzieren. Würde ich mal gleich behaupten. Oder dass man in den Tod springen kann. Komm ich hier hin? Hallo? Was ist das denn hier? Hallo? Da kann ich nichts machen. Schade. Was ist das hier? Hallo? K-K-K-K-K? Was? Also, mit dir kann ich reden. Ich wollte nur sagen, ja. Mir egal, ob es nur zwei- oder dreimal die Woche ist. Du solltest mein Schüler sein. Äh, wieso willst du mich als... Was? 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 Warum will der mich jetzt als Schüler haben? Die MPCs sind sehr merkwürdig. Ja, wo treten wir mit dir hier? Ja. Ja. Ich denke mich auch darum, dass er so ruhig ist. Es gibt nur diese Erfindung über einen。 Und dann vielleicht bin ich sagen, damit du mir noch einen treten Spiel Remedios exportieren kannst. Masty! Das ist wie so eine Alexa. Ich warte jetzt, dass sie das nächste Mal darauf reagiert. Weil sie jetzt reagiert. Gut. Ja, weil die ist auch immer so, doch, meine Nachricht oder sowas. Tö, dieses Riesenteil. Kirito, gewöhnst du dich langsam an GGO? Und, schon in GGO eingewöhnt, ich schicke dir meine Wochenanschrift. Äh, meine Wohnanschrift. Komm einfach mal vorbei, wenn du Zeit hast. Korea und deine AFA, ja, ich hab's AFA genannt immer, ne? Sind hiermit natürlich auch eingeladen. Asun und die anderen bitten mich dauernd, dich einzuladen. Ich würde dich wirklich gerne mal bei uns sehen. Na gut. Passiert auch noch was? Ah, okay. So. Bin ich direkt hier bei Kirito zu Hause, oder was? Oder muss ich da hoch? Ne, da braucht sich das raus. Also muss ich doch irgendwie da hin, aber... Hä? How it works. Ah, möchtest du hier gehen? Äh, ich bin's gar nicht. Erstmal. Dann spende ich an der Stelle die Folge. Bis dann zur nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, GGO-Toi mit Fio und AFA mit den Bigger Titten. Yay! Ciao, ciao!